Und wir bleiben noch bei Wahlkämpfen, in denen es alles andere als rund läuft und kommen zu den Grünen. Der neue Parteichefin Ingrid Philippe war heute in den ORF-Sommergesprächen zu Gast bei Tarek Leitner. Philippe musste die Partei ja quasi über Nacht übernehmen, nach dem völlig überraschenden Rücktritt von Eva Glavischnik ausgerechnet am Beginn des Wahlkampfes. Und sie hat mit ihrem Ex-Parteifreund Peter Pilz einen gefährlichen Konkurrenten bekommen. Laut Umfragen haben die Grünen seit Jahresanfang ein Drittel bis die Hälfte ihrer Wähler verloren, derzeit liegen sie nur mal bei sechs bis sieben Prozent etwa gleich auf mit der neuen Liste Pilz. Es sind schwierige Zeiten, gesteht auch die Parteichefin ein. Bundessprecherin Ingrid Philippe redet die Probleme der Grünen gar nicht erst schön. Wir haben gedacht, mutig ist es schon, die Partei in dieser schwierigen Phase zu übernehmen und sich dafür zu entscheiden, zu sagen, wir müssen da jetzt von vorne fast starten, wir müssen nochmal durchstarten, weil Österreich die Grünen braucht. Dann werden wir eine Aufholjagd starten müssen und das werden wir auch machen mit sehr viel Zuversicht und eben der Perspektive, dass Krisen in Krisen Chancen stecken. Mit der Aufteilung der Führungsaufgaben auf drei Personen ist sie zufrieden. Bis hierher funktioniert die Kooperation mit Ulrike Lunacek und mit Albert Steinhauser sehr gut. Wir haben alle drei sehr unterschiedliche Kompetenzen. Ulrike Lunacek mit der europäischen Perspektive, Europa, das in Österreich beginnt, diese Komponente einzubringen. Meine Perspektive aus der Landespolitik. Politik wird ja nicht nur in Wien gemacht, sondern auch auf anderen Ebenen. Und Albert Steinhauser natürlich im Parlament. Und sachpolitisch, meint sie. Österreich muss dringend, dringendstens den Wirtschaftsstandort Zukunft fit machen. Das geht nicht mit diesem fossilen Denken, das geht nicht mit dem Festhalten an Diesel, an Erdöl. Da müssen wir in die Zukunft gehen mit alternativen Energien.